Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal und wir sind hier in einer hübschen amerikanischen Stadt und in diesem Spiel geht es darum, dass wir ein bisschen Spaß mit Feuerwerk körpern haben und gucken wie meine Tankstelle ist, hallo, hallo, so, komm mit, einfach mal alles durchprobieren, ah da, also, so, dann nehme ich die Rakete jetzt hier so, lege die jetzt so hin, nein, nicht umfallen, ja, warte mal, kann ich die jetzt hin, oh Gott, oh nein, 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 okay, war einfach nur ein lauter Knall ohne Partikel, okay, gut, dann nehme ich auf jeden Fall die nächste, vor allem, es macht nicht so viel Sinn, äh, hier in der, in der, in der Tankstelle, in der Nähe von der Tankstelle was zu zünden, so, kann ich das denn gescheit hinstellen, wenn ich das Ding jetzt hier so soft bestelle, nein, naja, egal, dann machen wir es halt so, so zünden, so, und schön in den Gastank rein, oh, so, ich weiß nicht, so, ich weiß nicht, so, ich weiß nicht, so, ich weiß nicht, so, So, ja Ein paar Raketen noch und Oh Gott, nein, 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 nein Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg Oh mein, oh, oh, oh Ähm Äh, oh Gott Ähm Ja, ja, nein, 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 nein Es reicht auch Ähm Ähm, kann das eigentlich mal auch aufhören? Bitte. Das war doch bestimmt nicht ich. Kann ich die Sachen irgendwie aufnehmen? Hier, ja. So schnell wir alles sehr schön hinstellen, so. Das war ich nicht. Nein, nein, das war ich nicht. So. Kommt dann die T-Upsal. Ähm, gut, man sollte vielleicht nicht probieren, das Menü zu schließen mit Ignite All. Also, Lost halt definitiv am Start. So. Aber. Warte mal, hab ich ne Idee? Was hat mir auch ne Idee? Ist so bestimmt... Genau, hier haben wir schon ein letztes Haus. Hallo! Ja, hallo! Äh, ich bin von der Rattenbekämpfung. Wir haben doch angerufen, dass wir Ratten haben. Ja, ähm, können Sie da was machen gegen die Ratten? Ja, ähm, ich denke, dass wir da was machen können. Wir haben dann mit Wartes Mittel. Was wollen Sie damit voll wechseln? Ja, das ist unsere Methode. Wir versprechen, es wird nichts kaputt gehen, wirklich. Ähm, Wertgegenstände werden von uns natürlich vorher entfernt. Bekommen sie nie wieder. Was? Äh, ich meine, sie bekommen sie wieder. Ach, dann ist ja gut. So. Komm, du sagst, Franz, Fernseher, wird von nichts passiert. Ähm, ja, das ist einfach nur aus Sicherheitsgründen. Ähm, es kann sein, dass da oben ein Fernseher fliegt. Ähm, ja, gut. Auf jeden Fall können wir uns jetzt wieder um die Ratten... Okay, ist gut! Lass Sie doch mal allein, ich muss ganz, ganz, ganz einkaufen gehen! So. Okay. Oh, da hinten in dem Bad, da sind bestimmt ganz viele Ratten dran. Dann sind es ganz viele. Toilette kann ich schon mal nicht mitnehmen. Das geht da nicht raus. So. Das ist, das ist ja... Grosig, der Bildschirm. Mit dem Bildschirm für eine Auflösung. So, komm mal, mit Fernseher. Und... Wo ist das ein bisschen her? Wow! Das ist ein... Vom Fernseher, ähm, wo ist der Bildschirm hin? Ups. Ähm, der ist definitiv... Weg, der Fernseher, würde ich mal sagen. So, na. Hier oben noch, in diesem Raum hier was rein. Weil hier sind bestimmt... Oh ja, hier ist ein Karton. Und da sind definitiv welche drinne. Ein paar Shinies, Walls, Dragons, Messengers. Na, da würde bestimmt auch nichts passieren, Alter. Das ist die bewährte Methode. Danach werden nie wieder welche hier ins Haus reinwagen. In das Haus. Oh, hier, 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 hier. Oh, bei der Waschmaschine. Da, das lieben sie. Diesen fauligen Gestank von der Waschmaschine. So, ein bisschen noch hier was hin. Wir wollen ja wirklich, dass hier auch hier nicht alle sterben. So. So, ah, 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 hier, hier in die Badewanne. Hier, da, da, komm, ein bisschen was rein. So. Bam, 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 bam. Ah, hier, hier in die Küche. So. So, ein paar Shinies, Walls, hier hin. Die genissen Dinger sind immer gut. Dann hier ein bisschen amerikanisches Ding hin. So. Oh, und den Fernseher. Oh, den muss ich aber noch mitnehmen. So. Paz. Oh, da geht's nicht weit. Hm. Aber man hat, ich hab gerade eben die Ratten gehört, also. Also sind hier eindeutig Ratten. Die werden hier schön ausgeräuchert. Also, tschüss, ich geh dann mal. Ja, tschüss. Oh Gott, nein, 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 nein. Nicht abschätzen, nicht abschätzen. Alter, es leck, es leck, es leck. Nein, 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 nein. Ich glaub, ich hab das Game gecrashed. Komm schon. Geh weg. Ähm. Das ist ganz normal, glaub ich. Jaja. Äh. Oh Gott, Alter. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein, nein. Ah, ich glaub, ist alles gut. Oder auch nicht. Alles gut. Sag mal, grad ist alles vorbei, dann geht auch mal alles los. So, jetzt aber. So. Äh, okay. Ähm. Nein, das ist nicht. Nein. Ah, wissen Sie was? Sie kriegen das nicht von uns auch eine Entschädigung dafür. Das war wirklich nicht gewollt. Äh. Ich glaub das reicht jetzt hier ein bisschen. Ach, eigentlich, nein, das war, ich würde jetzt nicht gerne, so, hallo, was ist eigentlich mit diesen, ich würde mal gerne, was macht dieses, dieses Finger, was macht das, so, und, wow, das ist ja nichts, dieses Krilldinger, was macht der, wahrscheinlich schreien, wow, gut, dann hätten wir hier unser großes Feuerwerk, ähm, wo, warum, weil ich jetzt gerne gucken, ah, das Haus ist irgendwie zu, komme ich da irgendwie rein, ich bin gerne auf den Baum, weil der Baum hat einfach, ich kann nicht den Baum durchfallen, hier auf das Dach, dann hier auf das Dach, und, ach, nee, ich kann einfach hier hin, so, muss ich sagen, ja, ich knallt, all, ähm, es leckt komplett, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben, eigentlich, kann ich mal ganz kurz, ähm, ja, so, machen wir einfach Settings, und dann gehen wir einfach hier anstatt auf Ultra, auf so, so, jetzt kommt es auch so, oh, sieht schön aus, ist es so, vielleicht ein bisschen so, jetzt hängt es schon wieder, Dankeschön, dafür, Ich habe eine Frage, macht er eigentlich irgendwann so Feuerwerk, und so, oh, Ah, ich kenne Leute, die das machen, aber, ich weiß nicht, ich mache es nicht, ja, gut, die Hälfte von Wolfen kann man nicht mitbekommen, weil es geleckt hat, Nein, ich werde jetzt, glaube ich, nie lernen, das ist mal nicht Shift, also, ne, geh, warte nicht, okay, geh, so, dann machen wir es hier so, schön so schräg, so, machen wir hier ein kleines Dreieck, so, passt, und dann kommt der World Stopper, dann kommt hier an die Spitze noch ein World Stopper hin, oder soll das eigentlich passen, so, dann kommt der Wiper dahin, so, passt schon, dann kommt hier in die Mitte, Batteries, schon ungeordnet, und ein paar Messenger hier rein, auch außen, so, dann tue ich aber die Night Dauer, wie lang es dauert, jetzt normalerweise auf 2,5, dann schraube ich aber die von diesen Paketen runter, muss die quasi gleich losgehen, ne, genau, die World Stopper, die gehen mit 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, dann geht die auf 1 Minute, genau, eine Sekunde, 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 und eine Sekunde, und da so, und dann würde ich sagen, Ignite All und genießt das Feuerwerk, oh, schön, schön, schönes Ding, jetzt kommt da unten die Batterien, oh, das sieht wunderschön aus, wunderwunderschön, oh, wenn ich so mal an Silvester knallen dürfte, gut, jetzt nicht dieses knallen für alle, die jetzt so fehlen, da komplett in der Pubertät stecken, so wie ich, sondern, ja, das war's eigentlich schon, wenn euch das Spiel gefallen hat, dann geht doch gerne auf Steam, sucht nach, Fireworks, Mania, ich kann euch das Ganze mal kurz mal zeigen, so, Fireworks, Mania, gibt es da, on Steam, wenn ich mal gerade kurz mache, B, so, jetzt müssen wir eigentlich, wenn alles klappt, das hier sehen, genau, so, und zwar geht dann einfach hier oben rein, macht, Fireworks, Mania, ist bei mir schon auf der Wohnschlisse drauf, so, genau, und, dass das Spiel noch nicht draußen ist, leider, 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 einfach hier auf, Folgen kenne ich mich eigentlich auch, einfach hier klicken auf Demo herunterladen, und, ja, das ist hier und hier dieser Trailer von dem Game, finde ich ganz cool, schaut mal gerne beim Entwickler vorbei, und, ja, macht's gut, bis zum nächsten Video, Ciao, Leute! Bis zum nächsten Mal!